moin moin ihr geilen schnitt hier herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft season 9 der jenny steht voll auf dich das merkst du doch das merkst du doch guck mal wie fanati in dich ist ich mag sie wieso wieso fokust die mir jetzt echt milch guck mal wie geil die mich findet jetzt kommt trau dich doch mal trau dich doch mal ja die heißen küsse ich sehe sie die heißen küsse ich hab jetzt irgendwas die hat dich verzaubert slowness ich bin jetzt langsam wo ist der nervig ey die fand dich richtig geil hast du ja einfach umgebracht ey du bist aber auch ein sneaky bastard er hat jetzt die hexe gekillt ja er hat seine alle gekillt was denn die schmeißt den mit liebestränken und was macht er jetzt ein pfeil im arsch ja j steht lieber auf männer oder war schlecht steckt lieber anderen männern pfeil in den arsch der trifft und kackt sich selber ein ok scheiße voll geil so der teil ist jetzt hier gebaut jetzt muss ich noch mal testen dankeschön jay für den sattel dann kann ich mal gucken ob ich hier noch eins von den ich hab ja auch scheiße verbockt dann kriegst du auf den seite was ist dein neues projekt weiß ich noch nicht deswegen habe ich gerade auf dich geschossen weil ich gerade noch in der findungsphase bin ich dachte du hast gerade gesagt ey du fängst jetzt mit voll was krassem an vor drei folgen ich habe gesagt fang jetzt mit einem neuen projekt an was daraus resultiert ist dass ich mir dachte guck mein altes ding ist fertig ich muss da nichts mehr dran machen ach so ich dachte du hättest schon ein neues projekt aber ich werde noch mal überlegen was ich tun kann also gibt unfassbar viel natürlich was man tun kann aber ich bin trotzdem noch am overthinken und ja das ist das optimale deutsche wort englische wort für überdenken ich will die ganze scheiße erst noch zusammen sammeln dreck 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 wo ist dreck und ist das drin eigentlich würde ich das gerne schon drin haben irgendwie gibt es eigentlich sowas wie scheiße im spiel scheiße stimmt es gibt halt erde ne geh mal einfach zu jay da sind sie ganz viel davon ich wollte gerade sagen jay pizzi ich bin jetzt das eisen hin jonathan ist für mich jetzt der pferdeflüsterer warum bin ich der pferdeflüsterer haben wir jetzt kein eisenbärchen wieder sepp wenn du pferd mit dem pferd mit dem pferd flüstert dann fallen dir um selbst wenn du nicht gelegt fährt ja sagen wir mal ins ohr geflüstert war das ja nicht wirklich ne wenn er mit dem pfeil abgeschossen in der truhe unten rechts ja ich weiß welche truhe unsere erztruhe ist da ist kein erz da ist sicher dann hat sich das einer gesnackt oooooh er hat sich das denn gesnackt ok das ist die unten rechts ja ja ich weiß da hab ich doch reingeschaut da hab ich doch die richtige truhe haha ich komm mal besser gucken ja da sind alle mal dahin ich hab selber noch 6 eisen peter ich hab keine spitzhacken von 60 na cool wir haben ne schmiede ich kann dir doch 6 eisen geben peter ok da will ich jetzt irgendwo sein ich überlege gerade ob ich die selber abgesnackt hab peter habe ich aber nicht peter der große kistenflüsterer migriert hier alles geht aber nicht ne habe ich aber nicht steht ja schon ein bisschen länger so da hier ich versuche die treppe jetzt zu verschönern das glaube ich nicht weil ne eisen ist weg also ich habe eben eisen aus der truhe genommen aber das waren eher so 15 äh ne moment minus 6 16 waren das da ist schon einer dran gebedient vorher da hat schon einer bedient dran vorher das suche ich ja nicht gerade ja ich habe cauldrons gebaut stimmt ja ein stack eisen ist schnell weg ja ich wollte gerade sagen das geht schnell sollen wir mal fahren gehen sie äh nein ach gott adventure map fehlen oh oh the nether bricks are empty so von mir aus könnten wir sind noch welche in den äh im ofen ist keins mehr da habe ich nur stein reingetan hier ein bisschen weit vom hausdach ja wieso sehe ich denn hier ofen voller oefen voller nether bricks oefen voller nether bricks ist nochmal was höher ja stein und nether bricks hast du sicher dass du die richtige truhe genommen hast peter andere seite öfen achso es ist in einem ofen nether bricks drin ich sehe hier überall voller nether bricks eins zwei drei vier fünf sechs öfen sind voller nether bricks das sind schon mehrere ja und die anderen sind alle voll steine schlösser das wird richtig teuer ähm ich hätte bock ein gerichtsgebäude zu bauen gerichtsgebäude wir haben council ok brauchen wir dann kein gerichtsgebäude mehr ach ist ja der council legt sich nur mit den wild umfassenden themen an es gibt ein gerichtsgebäude du kannst ein kerker bauen ja und das würde dann ja mit einher gehen und vielleicht noch ein schafott daneben oder einen geilen ja genau oder beides oder beides oder eine streckbank oder all die schönen sachen die man im mittelalter so macht nur wohin gucken langsam wird der platz echt eng hier ich glaube das ist tatsächlich eine schmerzhafte art ist zu sterben wenn man auf einer steckbank gefeiert wird streckbank ja irgendwann fängt halt erstmal müssten sich ja deine gelenke auskugeln sozusagen ja irgendwann fängt es dann an dann deine das erste körperteil abzureißen dann kannst du hoffen dass du schon ohnmächtig bist ja und ansonsten kriegst du den rest noch halt ab aber wenn du einen arm abhast dann kannst du den anderen arm ja schon mal nicht mehr abreißen dann kannst du nur noch ein bein abreißen na doch dann kannst du noch ein arm abreißen wenn du dein bein weiter ziehst also du kannst halt nicht alle körperteile abziehen ach du meinst wenn die arme abgerissen sind quasi wird nirgendwo mehr dran gezogen denn genau dann kannst du halt die beine nicht mehr abreißen genau da ist das zumindest richtig außer ich hab dich in der mitte festgemacht ja aber das gab es ja früher nicht oder? also zumindest nicht dass ich wusste ja aber findungen gibts ja immer mal ja wie hab ich das denn im ramm früher gelebt hätte der ist ja nur beim glück würde er das linke bein und der rechte arm abreißen und dann geht weiter Runde 2 ich habe vor dir jetzt wird am heutigen wissen damals gelebt und wirds doch wegen ketzerei ja ich hab kein cobblestone jetzt hier ja würdest du direkt eingebuchtet werden das stimmt oder würdest du halt in der gosse landen weil alle dich komisch finden und du kannst dich sowieso nicht mehr irgendwie die welche pokémon gab es zu der zeit eigentlich? das ist die große frage ja gab es da auch schon so viele taubsis? hm hm das ist richtig so wo geh ich denn dann hinten? haben echt nicht mehr so viel platz gerichtsgebäude gerichtsgebäude ja so ein bestrafungs wie heißen die dinger denn da? ein justizgebäude folter dinger und so weiter habt ihr noch nicht ne? passt eigentlich auch ganz gut ins mittelalter scheiterhaufen und so ein shit oder? oh ich glaube ich hab ein oh ne ne warte mal ich mach ja nicht erst ein justizgebäude ich mach erst eine folterkammer ne das mach ich äh gegenüber von deinem neuen haus in dem berg christian neben dem friedhof also da wo der turm drauf steht? ne ne gegen achso doch genau wo der eine turm drauf steht ja scheiße wo ich den einen turm drauf gestellt hab aber da drinnen in dem berg dann ist das halt der folterberg alles klar also in dem berg wo meinst du jetzt genau? ja da wollte ich den turm als vorletztes drauf gebaut hab ich hab ja mittlerweile schon einen neuen turm gebaut achso aber da drinnen achso weißt du? ja ja schade das das hier so hell ist und das so dunkel das ärgere mich echt mal der dachte sich in amerika früher auch ha 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 schade das hier so dunkel ist ja absolut dann geh die kerze mal aus und das heißt halt hier ist doch ganz schön dunkel boah das hab ich mich auch im film immer schon wieder gefragt wenn du mal überlegst die haben dann so ein egal also sagen wir mal so ein riesen herrenhaus und so weiter und überall fucking hunderttausend kerzen wie lange dauert das bitte diese scheiß kerzen anzumachen aber das heilige huhn moment fortune ist glück ne fortune ist heilig da hab ich die nicht benutzen alles klar ich hab jetzt auch ne glücksaxt das heilige huhn ja ich fand das auch mega geil mit dem huhn was da einfach mitten drauf steht hola das sieht halt tatsächlich wahrscheinlich anders aus du liest dir quasi die leviten so was baue ich denn jetzt wohin wo kommt denn das heilige huhn her das steht grad auf dem verzauberungstisch und in nem buch drin nice buffena buffena bah bah dah dah dann kann ich mir in der fantasie ja freien lauf lassen wenn ich dann Ein lauf dah dah marika ogay dann da drauf springen irgendwann da kommt ja mich mal besuchen in meiner kammer und dann Dann zeig ich dir mal, wie die alle so funktionieren Ich bin mal gespannt, ob du die mit Redstone so gebaut kriegst, dass sie funktionieren Dann bin ich gespannt Ich freu mich schon drauf Warum mit Redstone aber eine Konstruktion, die ihn töten hat? Scheißegal, wie die aussieht Nenn die dann einfach eins an der Jungfrau So das einzige Der einzige Folterwerkzeugsname, den man so kennt Oder den ich so kenne Welche? Weißer eine Jungfrau Also Streckbank kenne ich auch noch Ja stimmt, Streckbank, du hast recht Die Routine, wobei ist das noch foltern, wenn man einen nur tot ist? Es ist Elimination Eliminieren So haben die früher entschieden, wer zuerst den Kopf abbekommt Äh, ja Was bist du? Oh, zwei Sekunden länger leben, geil Und dann so Ach nee Was bist du noch lange nicht? BAM Ist eigentlich menschlich? Äh, jemand mit der Guillotine zu enthaupten? Was meinst du denn menschlich? Ja, ist menschlich Bin ich schon Weil er direkt tot ist Ja, also besser als hängen Und der Kopf direkt ab Ist das glaube ich geiler, als wenn der Henker zuschlägt Und dann so Hups, ich bin nicht ganz durchgekommen Quasi das Ding nochmal da rausziehen muss Und nochmal zuschlägt Genau Das stimmt Was an der Guillotine Hier Killung Tötung Ein bisschen unmenschlich ist Vielleicht ist es einfach die Tatsache Dass sie zumeist öffentlich stattfindet Oder stattgefunden hat Naja, Hinrichtung auch, Peter Also Galgen oder Ja, genau Nee, nee, richtig Das findest du nicht so gut Nee, find ich nicht so geil Glaube ich hätte das Und Spaß Das hätte man früher viel geiler Mit anderen Sachen So Glücksspielen und so weiter Noch verbinden können Quasi du hängst jemand Also da wird jemand irgendwie verurteilt Du hängst denjenigen auf Und gleichzeitig Kannst du aber noch quasi so ein Auf den Wetten So ein Spiel Wie lang der hält Nee, nee, nee Du kannst quasi noch gleichzeitig so ein Spiel machen Das von der Irgendwie von der Seite Fünf Leute quasi versuchen können Mit dem Pfeil Das Seil durchzuschießen Da kannst du drauf wetten Ob die das schaffen oder nicht Wow Dann wird er wieder aufgehangen Wenn er durchgetrennt wird Nee, dann hat er Glück gehabt Nee, dann hat er Glück gehabt, genau Okay Und wenn die dann ins Publikum treffen Dann geil Meinst du, wenn wir mit unserem heutigen bisschen Mittelalter werden Ich glaube, wir würden voll aufräumen Ich glaube, wir wären voll am Arsch Ja, natürlich wären wir voll am Arsch Allein diese Also früher war ja das, was heute digital ist War ja handwerkliches Können Ja, auf Wiedersehen Ja, aber du machst dein Geld halt mit Glücksspiel Ja, weil Glücksspiel früher ja super krass anerkannt war Weiß ich nicht Eine der ersten Lotterien ist doch diese Geschichte mit der Kuh Der Kuh? Also ich glaube schon, dass die frühe Karten gespielt haben wie blöde Warum sollte Glücksspiel verboten gewesen sein? Mit der Kuh? Aber das ist für mich kein Glücksspiel Wir wissen es vielleicht wie in der Kirche Das könnte sein, aber weiß ich nicht genau Und ich glaube auch nicht, dass Kartenspieler früher die krassen Mophos waren Die das ganze Geld hatten Ah, ich habe sechs gemacht Was? Ich glaube, da bist du eher so ein Gaukler oder sowas Ich glaube, da waren die echt schlecht Irgendwas würde sich da schon finden Guck mal, die Rampen sind gewachsen Ist ja geil, oh Weil jetzt ist auch wie viele Türme wir mittlerweile schon gebaut haben Oben nach unten hast du gesagt Was heißt denn wir? Meinst du bei uns in der Burg oder wo? Insgesamt so über das komplette Ding verteilt Schon einige Du brauchst gerade wieder Sachen Was machst du denn, Peter? Die ist wichtig, die Zahl Die muss ich mir merken Deine PIN für deine Überweisung oder was? Ja, bestimmt Genau, die ist das Das war die komplette Kontonummer Ist das ein Wohnhaus, was du hier gerade machst, Christian? Ja Naja Ein etwas Besseres mit Garten Ich muss dafür allerdings noch Blümchen sammeln Ah ja Blümchen Ach stimmt, man kann den Chat ja durchscrollen Das ist natürlich dumm Liler kleiner Satellit Die Zahl ist jetzt bei mir im Chat gespeichert Warte mal, wieso kann ich denn die Rampen Immer und ewig Immer und ewig Gab wir da einen Trick? Muss ich das mit einer Schere machen? Äh, entweder mit der Hand Wenn du die richtig haben willst, dann mit der Schere, ja Ja, mit der Schere Zack Oh Aber wieso ist das denn jetzt unter oben gewachsen? Es piept Es piept Das bedeutet Ich habe oben gewachsen, das wusste ich überhaupt nicht Die Folge ist vorbei Ich habe schon lange genug ertragen Yeah Für heute auf jeden Fall genug Haut rein bis Bis morgen Tschau Tschüss 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 Tschüss